Kommt mal, lasst uns mal zusammenlaufen, bitte, wenn's geht. Hier, steigt mal ein, in die... Wir müssen einfach den Panzer nehmen und da wappen alles. Ja, ich nehme den Panzer. Wie kann man da sitzen, den Panzer? Eigentlich zu zweit, aber ich kann auch zum Beispiel zu dritt da rein. Du kannst auch gerne den Panzer fahren, Marci, wenn du willst. Dann fahr ich hier mit dem Geländewagen. Oh mein Gott. Ich hab jetzt die Kanonenrohr hier. Ja, ja, und... Ja, fahr! Ach, ich muss fahren? Ach ja, okay. Oder willst du oben an der... Ich fahr euch hinterher, ich hab Angst für den Marci. Aber wo häng ich denn hier, Alter? Oh Gott. Man sieht hier überhaupt nichts. Ach ja, da kann man rausziehen. Übrigens fahrt ihr auf dem gegnerischen Panzer zu, ne? Links. Wer kommt da, Marci? Ja, ich bin doch schon voll dran, Alter. Da ist er, der gegnerische Panzer, auf der Straße. Schießen, du musst schon noch schießen. Um Flugbahn berechnen. Ich bin Sunny, ich kann nicht mehr was machen gegen den. Ja, und! Und! So sieht's aus! Der ist nur unsfähig. Steigt aus! Raus! Raus! Hier ist ein Gegner. Da habt ihr! Ihr Verdammten! So, lasst du, gib mir mal ne ordentliche... Gib mir mal ne... Gib mir noch einen neuen Panzer. Ich hab zwei. Lebt ihr noch? Ja. Ich bin oben in der Hütte drinnen. Folgt mir irgendjemand? Geht ihr denn oben? Ich bin... Ich bin... D... Auf dem Berg hochgerannt. Bei D. Ich hab zwei hier getötet, aber ich weiß nicht gerade wo ihr... Voll im Beile aushalt. Auf dem Berg hochgerannt. Ich bin schon zu D gehen und einnehmen. Ich komm zu euch. Tschubu! Tschubu! Ich werde beschossen! Mach Y-Beschürst! Sporn bei uns! Ach! Komm einer! Nein, ich sterbe nicht! Ich hab jetzt Support! Von wo? Da! Ich könnte ne Heilung gebrauchen. Ah, ok. Haben wir einen Medic? Ja, hier. Halt dich erstmal hier bei mir. Muss ich irgendwas drücken oder einfach nur draufstehen? Okay. Einfach nur daneben stehen. Siehst du doch, das ist dein AP, ok? Ja, sehe ich auch. Da hinten, rechts, da! Patti, Patti! Drück immer Q, wenn du einen siehst! Ey, raten hat er gerade... Geht nicht! Doch, da! Ich hab ihn! Ey! Komm, wir nehmen die Panzer vor dir! Ich habe A eingenommen! Warte, ich bin rein! Warte! Oh, ich hab... Okay! Haha! Und, und, und! Ich hab ihn! Ich bin da, ich schau schon! Ich seh nichts! Ich bin bei Helikopter! Da oben! In der Hütte! Wo ist da oben? Rechts, und ich hab's schon abge... Irgendwas schießt der ganz krass auf uns! Ich weiß nicht! Das war ein Jäger, glaub ich! Komm raus da! Masi, komm raus da! Der geht gleich hinter den Containern! Hinter dem Container da steht! Boah! Oh! Alter! Das ist ein Krieg! Ich hätte mich jetzt gestorben! Warum? Ja! Ich hab ihn erwischt noch! Aber wie rette ich dich mit der Partie? Mit vier! Also, nimm mit R mein... Nee, das macht nichts! Also, du kannst mit R mein Dings übernehmen! Und wenn du dann auf diesem Defi bist, wenn du den schon hast... Du lebst ja schon! Ja, ich hab gar nichts! Okay, aber siehst du, so spielt man dieses Spiel! Man spielt einfach zusammen! Selbst wenn man stirbt und einer überlebt ist, wird man wieder... Übrigens ist dann ein Panzer! Dann schalten wir den aus! Jetzt wo ist denn der? Mach mal einen Kuh! Geh mal einen Kuh! Wo ist denn der Death Star voll fett? Da sind Gegner auf D! Hier, genau richtig, Granate entwerfen ist einer! Sehen schon! Wieso treffe ich den dann nicht? Der liegt ja wohl im Dreck auf! Granate! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Ist tot! Der liegt! Der liegt! Der liegt! Der lag da! Der ist tot! Sehr gut! Okay, sehr gut! Wir gehen jetzt... Waren die alle auf einer Flecke! Ich geh home auf Dach! Das hat man noch gelernt bei der Bundeswehr! Immer schön für die Granate! Immer schön kuscheln! Hinter euch ist ein... Oh, ich dachte schon! Das ist aber einer von uns! Das ist aber einer von uns! Jetzt sterbe ich mal wieder zu aufwechseln! Lass mal C! Ich glaube die kommen aus Richtung A! Aus Richtung A glaube ich hier unten! Guck mal! Ja, da ist einer! Wo? Ich habe glaube ich irgendwas gesehen! Der Minimap war einer hier irgendwo! Sieht ihr den? Oh, der Panzer kommt direkt auf uns zu! Vorsicht der Heli! Vorsicht der Heli! Alter, was war das denn? Alter, der heizt hier aber rein! Ich bin oben im Dach... Oben im Haus gestorben! Ne, der Heli war das! Der ist da reingeschwult! Ehh! Ehh! Der schießt hier auf uns! Achso, das ist ein Panzer! Der steht da unten! Seht ihr? Und der Heli ist auch bei uns! Und der schießt auch bei uns! Ich hole den Heli runter, wenn mir einer Deckung gibt! Ja, aber ich würde 3 Ehe ab! So krass wie der Spiel! Ey, wenn wir den Piloten rausschießen können wäre es nicht so schlecht! Lass mich mal durch hier! Hallo! Wer auch immer da vor mir steht! Da steht fetch den Zero! Wer auch immer da vorne steht! Wo ist denn der Heli? Ja, mach ich! Wo ist der Heli? Der Heli ist abgeschossen! Nee, da ist er noch! Der fliegt noch da rum! Ich seh ihn! Da ist er grad gelandet! Okay, er ist explodiert! Wow! Irgendwie Sniper von links oder was? Komm mal da weg, Michael! Ich kann dich mal retten! Sniper von D! D wird eingenommen! D wird eingenommen, Leute! Ich seh schon! Wir müssen raus! Hab ihn! Wow! Hier ist ein Panzer hier draus! So ein Schützenpanzer! Der ist einer von uns zum Glück! Ah ne, der ist von uns! Helfe! Ich hab ihn! Ich retz dich! Jetzt nicht! Läuft du mit dem Messer schneller? Nee! Läuft man mit dem Messer schneller! Kennst du das nicht? Es gab mal ein Spiel, wo das so war! Welches war denn? Lass uns mal zu C, oder? Aus Richtung C kommt voll die Action! Ja stimmt, da sind welche gestorben, Alex! Hast du gesehen, ne? Mhm! Links am Gebäude vorbei! Hier sind Gegner irgendwo! Kann jemand mal... Wo seid denn ihr beide? Oh, im Neubau! In der Routine! Rechts von uns! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Oh, fick dich! Rechts von uns! In dem Gebäude! Hab ihn! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Hast du das Deckung? Hier in das Bruder links rein ins Toilettengebäude! Das ist richtig nice! Die waren schön gesichert! Ich hab den noch gar nicht gesehen! Ich weiß nicht mehr, sollst du ihn erwischen? Ah, ich hab' beschossen! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Hinter die Cortina! Von wo kam der Schütze? Von wo schießt der? Aus dem Neubau! Von hinter, Achtung! Granate! Hab einen! Ja, das war der! Das war der! Das war der! Kommt mal her zusammen! Halt euch mal! Falls ihr hier braucht! Ich komme! Gib mir Deckung! Einer! Gib mir Deckung! Da hinten hoffene Felder! Wo ist denn was? Munition! Ja bitte! Munition! Perfekt! Und ihr seht doch, neben unseren Namen unten sind doch noch so bestimmte Zeichen, ne? Die drei Pfeile nach unten und diese Explosion! Ja, bei mir steht, dass ich ähm... Das sind Gruppenperks, die kann man auch noch so einstellen, dass wir alle davon profitieren! Helikopter über uns! Helikopter? Das kriegen die aber erst mit... Das kriegen die aber erst mit... Okay, weiter! Wo lang denn? Wo wollen wir hin? Da, seht ihr links diesen Zaun? Genau, da wo Shobo gerade hin rennt! Durch den Zaun, durch die Steward! Alles klar! Ich komme! Oh, der Panzer! Achtung, wir werden beschossen! Von wo? Von was werden wir beschossen? Der Hubschrauber! Ins Haus! Ins Haus! Ins Haus! Oh shit! Hier! Alle gestorben! Richtig schön! Nein! Richtig geil! Der hat einfach in uns reingeknattert! Ist keiner von uns überlebt? Ne! Von wo haben wir Spawn? Patti, nimm mal Javelin! Ich nehm Sniper! Ich nehm RPG dann, ja! Wo? Baustelle Stadt? Ich nehm halt das Software-Om! Hallo! Baustelle Stadt! OS Einsatz! Ne, brauchst du nicht, oder? Spawn! Hallo! Welcher Spawnpunkt? C oder D? Ähm... Roger! Kann man mich nicht hören? A, B oder C oder D? Ne! Ich würd sagen C. Ich spawne mit C. Ich nehm auch die Stinger, warte ich. Wir machen einfach so. Hier auf der Map. Auf Chou gespawnt! Auf Chou gespawnt! Auf Chou gespawnt! Lass doch versuchen den Heli runterzuschicken! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Achso ne, das war einer von uns! Hups! Eine muss wenigstens aufpassen ey! Ja das war natürlich nicht gut! Nicht alle auf dem Heli gucken! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Mädels! Ich hab Angst! Lass mich dann nicht alleine mit im Krieg! Spawn gleich wieder! Ich bleib trotzdem sein! Hier hinter dir, Marci! Aber hier ist noch einer! Ja, stimmt! Ich bleib auch sein! Ja, stimmt! Marci! Ja, ich hab ihn doch gesucht! Wir brauchen schon zwei Medics! Ja, aber nicht so wie du rennst! Alter! Ich spawne nie mehr bei Meseln! Wo ist denn? Der... Ich bin gespawnt! Der hockt da noch in der Ecke! Ich spawne auf dir, zeig ihn dir! Ich spawne bei Meseltoten! Ich spawne bei Meseltoten! So, ok! Da! Basti! Da! Da oben! Orientierung! Ich geb dir Deckungsteuer! Du musst zurück! Huuuuh! Alex ist vorne bei dir! Vorsicht! Oh, der Panzer! Ohohohohoho! Gott, er hat ihn auch vermeiden! Digga, ich... Versuch den damit zu laufen und schießen ihn ab! Ja, ich versuch den von hinten zu erwischen Der ist ausgestiegen aus dem Panzer Dass der uns flankiert Da ist noch einer Da kommt ein Panzer, Leute Hab ihn erwischt Scheiße, ich bin fast tot, kann jemand ein Medikit hinschweißen? Oh, dass der Panzer nicht sehen Das dauert noch, ich hab ihn gerade hingewacht Uh! Ich bin fast tot Einschweiß, ich bin tot Danke Lebst du wieder? Ja, ja, ich muss jetzt noch nacheinander nicht sehen Ist der Pank da noch? Ja Da kommt ein neuer schon wieder Ich bin auf dem anderen Haus gegenüber von euch Oben auf dem Dach Fuck, 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 er ist in die Mauer gekommen, er hat mich getötet Ich hab dich... Ich dachte, der ist da oben auf dem Vordach Ich mach den Dings weg Auf dem Vordach Auf dem Vordach Ich mach den Dings weg Auf dem Vordach Hm, okay Dann... Boah, wieso? Kann der die ganze Zeit... Wer... Wieso können wir denn den Hubschrauber spawnen, Alter? Ich bin im Spiel versorgen, ich will C4 platzieren Wo spawnen die jetzt? Wir haben alle Punkte verloren Ich spawn mal bei Alex und mir Im Boot Nein, wartet, wartet bitte, wartet, 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 wartet Oh, jetzt bin ich... Lass dich nicht schwimmen, ey Nein, komm mal Wie du da dran hängst, du Freak Alle drin? Wer ist denn der Komische, der hier an der MG dran hängt Ist das ne Abkürzung oder was? Wir hängen da vorne an der MG dran, ne? Ihr seht, ihr habt nicht viele Kills, wir sind trotzdem hier drin Wir sind fast mit die ersten vom Squad von den Punkten Nur weil wir zusammenspielen und das ist halt in dem Spiel Und weil wir uns immer retzeln Weil wir uns immer retzeln Dann wird der Kill auch nicht angezählt für die anderen Was macht er denn? Erst rausgefallen Ich kann mich gar nicht umdrehen, Alter Das ist voll bescheuert Da hängt er im Wasser Mann, ey, mit so jemandem Muss man Krieg spielen, ja? Es ist so wie in dem Film Topic Trooper Topic Topic Thunder meinst du, glaub ich Wer steigt denn das Boot eigentlich gerade? Ich Und wer hängt hier an der MG vorne dran? Du siehst das unten, da steht doch Alex, wie markiere ich nochmal die Punkte? Was ist da? Hey hinter uns ist der Helikopter, wir haben verfolgt Wie, ne jetzt nicht, kann mich nicht mal umdrehen nach hinten Das ist ne so ein Schwach Ich hab' beschossen Rausen Ich bin raus Rausen Ich bin raus Lauft Sind wir schon da? Gerade zum Ding ist bitte vor Zu den Von wo? Da wo ich mit dem MG aufhalte Von wo denn? Oh, ich hab' ein Markier die doch mal Kür Mach mal, mach mal Mach mal Mach mal Mach mal Mach mal Mach mal zu den Dingern da hinten hin Zu der Flagge Auf A Bist du das? Wer ist das? Basti Guck mal Guck mal Ich bin da Und hier schießt du irgendwo vom Panzer auf uns Kürtel, wisst ihr jetzt, dass ich B markiert hab, dass da diese Pfeile rumrum sind? Ja Ok, da kriegen wir mehr Punkte für, wenn wir die Wenn wir das dann ausführen, den Film Das ist ein Panzer Wo ist denn der hin? Wir nehmen B ein, der ist zu Äh, jetzt gespick Lidol Boah Boah, sag mir das doch, dass der dich gemessert hat Ich hab den doch gerade so erschossen, wo er mich messern wollte Wie Seid ihr denn schon wieder getötet worden? Wie Wie belebe ich dich denn wieder? Wie Ey, wie nehm ich denn diesen scheiß Punkt hier ein, Alter? Was muss ich denn machen? Einfach nur da bleiben Aber das Wenn du den nicht einnimmst, heißt das, dass da noch Gegner sind Warte, ich steig ein Warte, ich steig ein Warte Wasti, wo bist du? Ach mal, du bist wieder am Arsch der Welt Wo sind denn die Gegners hier? Ich nehm jetzt irgendein Fluggerät Bin wieder ausgestiegen Ich hab Angst, Spawner auf mir Wasti Es kommt ein Panzer Es kommt ein Panzer Es kommt ein Panzer Ich hab ein RPG, hat jemand noch was zu kriegen? Ja, ich leg C4 hin Oh, wie ist hier noch diese Flugzeugregal? Schnell, ich hab ein RPG Wie viel C4 da nicht gucken? Der fährt noch voll weit weg, der Panzer Den treffe ich von hier, pass auf, mit meiner Parabel Ich hab gerade mal die Flugbahn berechnet Feuer Deiner Parabel? Der ist zu schnell gewesen Ich hab mich verrechnet Haben wir jetzt A? Oh, oh Irgendwas schießt auf mich? Auf B geht ein Panzer Ich glaub wir sollten B verteidigen Ihr müsst dieses Einsatzstil verteidigen Maisel komm Wo, wo, wo Schnell, schnell, steck ein Am Kameran, am Kameran, am Kameran, kamen, 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 kamen Da kommt auch noch ein Panzer von links Go Wir müssen hier weg Wir müssen Zu B Wir klauen uns wieder B B links Das ist irgendwo ein Panzer gewesen, ne? Pass auf Ja, deswegen halten wir hier an So raus Da ist er Er hat uns schon gesehen Ich hab ihn einmal überwischt mit dem Dings Mit der Oh nein, oh nein Ich hab ihn Er ist unfähig Er muss aussteigen Er ist tot Nice So macht man das Auch wenn ich mit einem Raketen Da ist noch ein Panzer Da kommt noch ein Panzer Da ist noch ein Panzer Von wo? Von der selben Richtung Der ist auch weg Ne Der ist noch voller HP Der kommt da Achtung Das ist ein Schützenpanzer, ne? Oder das ist ein Kampfpanzer Alex Warte Der ist nicht mehr markiert Ich seh's nicht Doch, ich seh'n Der ist hier Ich hab'n Helikopter Ich hab'n getroffen Marcy schießt glaub' ich auch auf ihn, oder? Ja Aber ich hab'n glaub'n nicht getroffen In der Hütte Liegt Munitionsküste Ok, wollen wir da hoch? Ey, da ist einer vorbeigefahren Mit seinem schnellen Auto Pally Den schnappen wir uns Der schießt auf uns Ok, der ist weg fast Er ist tot Wo ist Mabel? Im Haus vorne drinnen Ich komme Marcy, hinter dir ist irgendwo ein Soldat Der kommt rein ins Haus Das Haus kann zusammen krachen auch, ne? Wenn wir zu viel Damage kriegen Scheiße, wir müssen den irgendwie erwischen Scheiße, wir müssen den irgendwie erwischen Wie kann man C4 erzünden? Der ist abgehauen Der ist oben hier, Pally, Pally Um, hinter dir Ich hab' ihn Kannst du mich retten? Nee, ich bin... Ich bin ja kein Sani Ich kann auch kein... Ich kann auch nicht mehr retten Ähm... Da kommt der nächste Panzer Wenn du das gelegt hast mit der Fernbedienung O auf B ist ein Panzer Zwei Sekunden, Pally Spawn auf dir Ah Ach da, hinten Komm, wir müssen den Panzer versuchen zu killen Von hinten Von hinten kriegt Panzer übrigens 60% Schaden Wo ist Pally? Wo ist er? Wo ist er denn hin? Ich hab' einen geschossen Er muss aussteigen Ich hab' ihn Ich hab' ihn Wo ist denn der Panzer? Ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Könnte mich retten, ne? Da ist übrigens noch einer ausgestiegen Basti kommt auch mit dem Panzer Guck mal, ich hab' ein Spielzeug Juhu Jetzt kommt einer am Haus Kommt wieder ein Panzer, Achtung Scheiße, wir haben gerade das Einsatzziel verloren Oh, ich leg' mal Minen Basti kommt zu dir Bleib stehen Ist gut, ich kann euch reparieren Vollgas, go Ich bin auch drin Alex, wo ist Alex? Ich, ich leg' Minen dann bei B Pass auf Minen auf Farmer auf irgendeinem Punkt dann aber drauf Genau auf C, Farmer C Ist da einer? Ja, links Er schießt schon auf uns Denkt dran, dass unsere Flanke mega Wir von hinten mega anfinden Raus, 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 raus Raus, 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 raus Nee, 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 alles okay Ich rappe wirklich Ich rappe wirklich Achso, das war ein Auto Was ich angegefahren hab' da Scheiße, ich häng' an dem Auto fest Ich lauf' neben euch mal her Und flankier' die Mann! Nee, alles okay Ich bin frei Hinter uns ist einer Ins Haus rein Verdammt, ich erwischte ihn hier Was macht die, macht gar kein Damage Die Knarre hier Ich hab' die beiden Fährst du noch? Da ist einer Bin tot Da ist einer In diesem Haus, wo wir vorhin drin waren, ne Dieses Gerüst, äh, im Robau Da sind noch Gegner drin Irgendwas schießt hier hart auf uns Ja, über euch sind die auf dem Dach Raus, hier raus, ich bin raus, ich bin Ins Haus, komm raus Komm ins Haus Hier auf dem Dach ist der Was, die bist du hinter mir? Komm rüber Warte, ich versuche ihn zu rützen Oh, auf der Linken, auf der Linken Wenn du kein Sanitäter bist, geht es nicht besser Achso, Scheiße Kommt runter, die Treppe Der ist immer noch in dem Haus Shit Wo kam der gerade her? Der war immer noch in dem Haus Wo wir grad, über uns war der Ich brauch Alex langsam hier Na Ah, da ist er Oh, ich hab ihn erwischt Oh, ich hab ihn erwischt Er hat mich fast überfahren Wir sind halt 11-4, es geht doch Shen hat dich erwischt Shen hat's erwischt Herbert, da ist noch einer, siehst du den? Ich hab ihn markiert Ja, ich seh ihn oben, oder? Ich bleib mal im Medic. Sehr gut. Hab ich sogar nen Assist bekommen? Ah! Von hinten, Patti! Oder links, rechts! Ich hab ihn. Okay, danke. Okay, ich versuch mal die Fahne einzunehmen. Guck mal Maisel an, Etta. Komm mal C, lass mal C richtig hin. Ich bin mal C. Geh mal auf C. Komme. Komm auch. Gebt hier mir Deckung? Oh, aber er hat da geschossen gerade. Irgendjemand schießt hier. Ich geh aufs Haus. Versuch von oben euch Deckung zu geben. Komm aber nicht nach vorne, das Haus ist nach hinten nicht offen. Ich geb euch Deckung. Das ist ein duffer Ding. Panzer, ne? Leute? Ich bin aber auf dem Dach. Hier, guck mal. Oh, schieß mal. Hallo. Hier, welche Ziele? Wir machen das jetzt so wie bei 96 Stunden, oder wie das heißt, Patti. Ich schmeiß ne Granate und du musst raten, wo ich bin. Wenn du C. 4 heimlich von hinten am Panzer anbringst, zwei Stacks reichen meist, um den zu zerstören. Also zwei C4 Ladungen. Von deiner C4 Ladung. Der steht fast an seiner Base. Gehen wir auf... Der steht da hinten. Wir brauchen alles. Von irgendwo wird geschossen. Die nehmen C wieder ein. Die kommen hier wieder auf C. Nur einer. Achtung. Die kommen von Pol auf C. Ich bin hier auf dem Dach und kann nichts machen. Wo seid ihr meine Freunde? Ich komm zu Mesel. Hier sind zwei bei mir. Ich seh's. Ich hab einen erwischt. Oh, wie kann ich den Schussmodus umwechseln? Ich darf hier nicht runterspringen. Wie kann ich mich denn... Oh, Scheiße. Mann, der hat mich schon wieder getötet. Mann, verdammt. Dieser Ebel. Ist der immer noch? Wo ist der denn hier? Ich hände keinen Mann. Ich hände keinen Mann. Sag mal bitte kurz leise. Warte, weißt du die Taste um den Schussmodus zu ändern? Ne, ich weiß das leider nicht mehr. Ich wusste das mal. Ich hab alles einzelnen Schuss jetzt. Warte, zwei Sekunden überleben. Ich sporene. Hab. Auf C, da war einer im Haus drin. Ja, ja, ich weiß. Dieser E-Label oder der ist hier in dem Haus wieder. Ja. Aber das ist scheiße. Ich geh nicht nochmal hoch. Da war ich gerade eben. Das hat mich für's Leben gekostet. Der läuft da. Ist das? Ich renne ihn mit daher. Der ist hier ein. Der ist hier ein. Er kommt rumgelaufen. Er kommt rumgelaufen. Glaube ich. Ich weiß nicht wohin ist. Der ist hier eingenommen. Hast du ihn gekillt? Nein, ich weiß nicht wohin ist. Mann, er ist schon wieder ein Tafier. Wo ist der denn? Unten oder oben? Ne, der ist auf diesem Haus. Auf immer noch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ist das so ein Bombo, alter? Ich hab ihn weggeowned. Ja, da ist das. Danke. Aber ich wusste halt nicht wo er hin ist. Sonst hätte ich das verhält. Ja, ich wusste auch nicht wo er ist. Aber er ist die ganze Zeit hinter mir gewesen. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Ich komm jetzt wieder runter vom Haus. Wenn ich jemanden vom Haus raus will, dann weiß ich. Wo ist der denn? Wo? Wir machen das gerade ganz gut. Wollen wir auf A gehen? Ne, D. Panzer kommt. Panzer kommt auf C. Wird angeschossen. Ich weiß nicht von wo. Pass auf C. Panzer kommt auf C. Ist bestimmt wieder dieser Ebel. Ne, er biegt ab. Ich werde zurück. Gehen wir auf D? Ne, die haben wir doch. Von dem grünen werden wir beschossen. Vom anderen Haus. Neubau. Wie der Rohbau. Der Rohbau. Ne, das ist gar keiner. Von irgendwo. Knallts hier aber. Da oben irgendwie auf dem Kran glaub ich ist einer drauf oder so. Wenn du russische Stimmen hörst, weißt du was Gegner an dir sind. Auf dem Kran. Lass mal hier lang. Ich gehe oben auf dem Kran. Ich guck, ob ich den da rausbiege. Du kannst. Du wirst sterben auf dem Weg. Du brauchst gar nicht hingehen. Hochflatschen. Die dämme ich denn, wenn ich da hochkackse? Ja, die sehen andere, die dann da rumfucheln. Oh, die sind schon wieder auf C. Zwei Panzer. Boah, der beschießt mich von da oben. Lass uns mal 10 verteidigen bitte. Ich versuch den runterzuholen mit der, mit der Panzerfaust. Okay. Nein, der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Ich lieg hier hinterm Dings. Kann mich einer retten? Bist du Sunny gewesen, Marci? Ne. Wie bitte? Nein. Ne, der liegt noch oben, der liegt noch oben rum. Nein, aber einen hab ich gekillt. Lass uns mal weiter. Ich hol mir den jetzt da oben. Pass auf, hier drin sind ganz viele Scharfschütze in diesem scheiß Haus. Bist du hinter mir, Basti? Ja, wir sind hinter dir. Ich bin hinter dir. Brauche ich meine Munition? Ich bin tot. Weg, Sniper. Weg, da Vorsicht. Weg, weg, weg. Ja, der ist oben auf dem Kran. Den hole ich mir jetzt mit Basti zusammen. Ich mach das Haus erstmal clear hier, das geht mir auch auf den Zack. Ne, oben auf dem Kran ist einer von uns. Gib mal Deckung. Der muss hier sein, ne? Ich hab hier schon seine Geräte gefunden, hier seinen scheiß Funkfeuer und so. Kann man hier weiter hoch, Alex? Ne, ich glaub nicht. Ne. Ich bin hinter dir, Patti. Ja. Ich will ja nur sicher sein, dass uns hier keiner wieder in den Rücken irgendwie. Ja, ja, ist ja vollkommen okay. Kommt ein Panzer. Scheiße. Oh, markierst du den? Ja, der ist markiert. Der kommt zu D. Die Label. Ist nur einer drin. Das sollte eigentlich gehen. Hit. Kampfunfähig. Das ist ja ne Aussicht von Joomel. Krass. Geil. Uhuhuhu. Er muss aussteigen. Wie benutzt man den Fallschirm? Der Fall schießt er auf mich. Oh, hier ist er nämlich fast ein Jet gerammt auf dem Kran, alter. Ich bin hinter dir, Alex. Wie benutze ich dann den Springding da? Wie heißt denn das? Umhang? Mann. Fallschirm. Ich glaub, Alex, wie benutzt du den neuen Fallschirm? Ich wüsste das mal intuitiv. Ich glaub mit Space, oder? In der Luft F drücken. Oder dein Space war das ja. Aber einmal drücken und nicht wieder drauf drücken. Sonst musst du ihn wieder weg. Okay, wir haben ihn ganz gut aufgeholt. Ich hab's gerade so überlebt. Oh, hier schießt jemand auf mich. Oh, aber richtig. Hier ist der BTR. Lass es raus hier. Ich seh ihn. Ich versuche ihn von hinten zu holen. Komm mal raus, da. Okay, ich hab mich in Deckung gebracht. Ich spreng hier ein Loch in den Zaun, damit wir den flankieren können. Basti, komm mal raus. Ich spreng einfach raus hinten. Aus dem Haus. Nee, alles okay. Ist genau beim Kran. Irgendjemand holt die Flagge runter. Das ist viel schlimmer. Ja, hier ist ein BTR. Direkt offen. Er ist ausgestiegen. Ich hab ihn zerstört. Da sind zwei ausgestiegen. Die leben noch. Und zu Bastins Haus rein unten. Ja, ich bin tot. Aber ich Joine bei Mbroke. Nee, Mbroke ist... Was bist du denn, Marcy? Ich Joine auch bei Marcy. Da, wo ich gewinnen wollte. Ich wollte... Oh, nice. Ich bin wieder verloren. Das war aber keine schlechte Runde. Wir haben uns ganz gut gewehrt gegen die. Ihr beide seid ja wohl voll Noobs und habt mit... Ja, aber guck mal, wie die Kills ich gemacht habe. Ich hab nur durch Support und Flanken einnehmen. Ja, das meine ich eben. Marcy hat richtig viele Kills gemacht. Und bei mir merkte man's, wer ihn mal gerätzt hat, guck mal meine Kills an. Und meine... also meine Tode. Wie kann ich denn jetzt diese ganzen Sachen, die ich jetzt gekriegt hab, verbauen mal auf meine Waffen? Das musst du im Spiel machen. Das gibt's nicht. Doch, du schaltest... Doch, klar gibt's das. Er schaltest Sachen frei. Der Arsch. Ja, wir tonnen an... reflexivisieren uns und dränken das. Das machst du gleich, wenn du im Spiel machst, wenn die neue Runde startet. Und dann kannst du das so einstellen.